zurück zu two point hospital mit zwei neuen auswahlmöglichkeiten die wir auch in betracht ziehen und beziehungsweise wo wir auch gleich hin gehen werden wobei ich ganz gerne hierhin möchte mit den mitteon university in two point county hat sich übrigens voll gut an und ja wir haben mittlerweile drei krankenhäuser leichte mittlere chaotische und jetzt alles ab jetzt erwartet uns eigentlich nur noch chaos also wirklich chaos ich glaube nicht dass es jetzt noch einfacher wird aber es ganz gut weil umso schwieriger umso knackiger umso spannender umso chaotischer let's go würde ich sagen die heimat einiger der hellsten köpfe im two point county es mag hier etwas kalt sein ist aber der perfekte ort um neue technologien zu entwickeln die universitäts- und forschungsklinik mitten genommen übrigens nur falls man sich jetzt so also ja falls die folgen hier überhaupt geguckt werden fragen werden ich weiß nicht ob sich da einige fragen werden ist es wert ist es nicht das spiel ist wert erstens die ladezeiten sind super kurz zweitens die optik ist ist eine gewohnte optik wer beim hospital schon gezockt hat der kann sich der der wird sich hier dran auch erfreuen auch wenn es fast gleich fast der gleiche ist für ihn der dem hospital nicht gezockt hat kann ich es nur empfehlen macht spaß das richtig gutes spiel könnte es ist sehr kalt wir sollten zusätzlich heizkörper haben und die leute im krankenhaus warm haben damit die leute temperatur nochmal herz erdrücken und okay also wir brauchen heizkörper mit heli lande platz da sind die schon schick na dann so erstmal haben wir schon ein paar tage verspielt schon wieder vier tage verdammte axt der prinzip wir machen wir bauen im prinzip eigentlich nichts anderes wie in der letzten folge auch also vom aufbau her weil tatsächlich ein typ bewährt ihr habt tatsächlich niemand brauchte zusätzliche sitzbänke oder sonstiges das war echt super einstellen diesmal muss ich ein bisschen aufpassen was ich tatsächlich einstelle weil einfach aus dem einfachen grund damit wir nicht wieder den mangel oder den mangel an personal haben den wir vorhin hatten und dann jeder arzt wirklich in ihren raum rennen muss ich meine das machen die so oder so ja dafür gibt es ja die die sagt schon aufnahme was ist denn die aufnahme hier können sich patienten nach ihrer ankunft und krankenhaus anmelden jeder reise wird jede reise muss irgendwo ihren anfang nehmen ok interessant ach ne warte mal erstmal bauen wir die banken denn nur ein gutes krankenhaus hat bäcke aber das machen wir denn so oder machen wir hier in der mitte und dann können die nach links und rechts haben die in der oma würde ich sagen das finde ich gut machen wir jetzt so zack 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 rein theoretisch können wir noch rüberrücken machen wir jetzt ein stück nach hier und wie geht es euch so was guckt ihr so youtube technisch doch interessant kling 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 so dann machen wir mal die ersten räumchen also in erster linie aufnahme ne erstmal wir haben ja letztens gelernt wir brauchen mindestens früher oder später zwei praxen so zack wir gucken meistens eh so rauf also kling kling auch hier kommt ein pflanzchen rein auf der anderen seite machen wir nochmal eine arztpraxen ne weil wir haben ja gelernt zwei arztpraxen sind besser als einer auch wenn die haltern am anfang recht also wir werden echt minus machen und wir werden echt patienten glaube ich flöten gehen aber naja so ist das halt warum stelle ich denn das hier warte mal kurz aufheben jetzt weiß ich warum ich denn da anstehen musste so dann haben wir hier die andere oh warte mal okay zweck mir jetzt schon niedlich heizkörper ne überhaupt nicht dann mal ok machen und da kommt nämlich ein assistent aufnahme aha na das ist natürlich geiler na können wir warte mal machen wir hier aha bearbeiten das ist natürlich viel geiler das ist wesentlich cooler ah was wir ach ach das Problem ist da kommen die nicht rum jetzt müssen wir였en machen hier ah Nummer 1 Machen wir die Klappe hier an der Seite hin Oder Hier zur Seite Kleiner Aktenschrank So, zwei Annahmestationen So Das ist doch schick Und im Zweifel kann man ja noch eine Annahmung Na, weitere Bauten Schauen wir mal So Gesundheit, dankeschön Entschuldigung Ein Pfeillöcher So Ansonsten würde ich einfach mal laufen lassen In der Zwischenzeit Such nach Arbeit So Zimmer Eingemeine Diagnose Können wir hier eigentlich auch noch einmachen Zack Dann kann sich bitte einmal hier hinlegen Danke Was benötigt Ja Ganz entspannt Ist noch keiner da Einstellen Ein Arzt Na, guck mal Die müssen alle noch Sachen lernen Das ist doch schon mal gut Zack Krankenpfleger Krankenpfleger Und ein Arzt Das gute ist, jetzt haben wir die günstigen Wo wir auf nichts achten müssen Weil Halt Künstlich, ne? Players are reminded to stay hydrated Claims that Two Point County Has the best medical coverage In the country Oh yeah 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 That's good enough for me That's good enough for me Rückkopplung Ausgaben Mimus 15.000 haben wir ja jetzt gemacht schon mal Naja, ist doch schon mal ein Anfang So, allgemein haben wir Cardio, Station, Psychiatrie Eine Psychiatrie Die brauchen wir hier als nächstes Boah Da lassen wir uns nicht mit lumpen Dann erzählen wir mal Bei dem Doktor Was hier los ist Bei ihm Leute, hier ist eine Sitzbank Nehmt die Sitzbank Holy Shit Jedes Mal das gleiche Feuerlöscher Ach, ist kalt Entschuldigung Entschuldigung Maintenance required In a GP's office Ein bisschen wärmer Wir brauchen einen Psychiater Einstellen Haben wir noch nicht Dafür einen Hausmeister Irgendwann den hier Der ist günstiger Arbeit für einen Apfel Und ein Ei Grand Ich träume von einer Wenigstens etwas besseren Zukunft Die sollst du hier Kriegen, mein Besser Kommt da erstmal ins Büro Bei der Bildung Bei der Bildung Für die Streber. Na, wo bleibt er? Da kommt er. Frisch eingeflogen. Schönen guten Tag. Tschüss, Ellie. Einmal da lang, bitte. Die wartet schon, danke. Vier Leute auf fünf Sekhäte. Dann war ich jetzt... Ja. Zimmer. Station brauchen wir auch noch. Toiletten brauchen wir auch noch. Entleuchtung. Bei der anderen Seite noch. Fangen wir hier drüben an. Gucken wir mal hier. Da, 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 da. Da, 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 da. Any suspicious objects should be poked with a special stick. Oh, warte. Was habe ich gerade gebaut? Entgleich nur. Zöpfer. Ah, die muss ein bisschen größer sein, okay. Na gut. Na stimmt, der Raum ist ja auch größer. Er kann eigentlich auch nicht in jedem Raum unbedingt das machen, weil... Oder ich sollte nicht in ihren Raum eine Pflanze stellen, weil das ist für einen Hausmeister einfach nicht machbar. Ah, jetzt guck mal hier. Objekte. Wir brauchen nur Automaten. Und unten ist ein Neglicious Automat hier drüben. Und ein Getränkeautomat. Wieso müssen so viele Leute bis zum Psychiater? Seid ihr alle krank? Also, das ist logisch, aber ey... Was ist da los? Ja. 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 Wir haben einen Psychiater. Zack. Oh, Toiletten wären vielleicht nicht verkehrt, ne? Toiletten. Wollen wir denn hier? Zöpfer. Dr. Needed. In GP's Office. Dr. Needed. Arzt Entleuchtung, Arzt, Arzt, Arzt Arzt, nee, nicht auf die Maschine, auf den Raum Ja, benötigt Arzt, benötigt Arzt Wo sind meine Ärzte hin? Achso Ja, ist ja okay, guck mal hier, kriegst du ein Pausenräubchen Jetzt die General Diagnosis Untertitelung des ZDF, 2020 Zirkus-Therapien Eine Station brauchen wir noch Zirkus-Therapien Und jetzt die News Ein gefährliches Tier hat aus dem Grockle Bay Zoo Die Autoritäten haben noch zu zeigen, welche Species Rumor hat es, dass es ein 9ft, halv Tiger, halv Rhino mit einem großen Appetit Und nur denken, du musst nicht ein Ticket kaufen, um es zu sehen Drei 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 Cred experienced Gut Drei Seher Er Die Verabli einige patienten ihr habt sitzbänke ok also für das nächste mal spielt keine rolle die maintenance announcement automated snack machines need restocking manually Du 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 du. Hallo, guten Tag. Du 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 du. Ja, diesmal bin ich auch wieder, äh, weniger am Reden, wieder voll im Game. Tut mir natürlich ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Äh, okay, zu groß müsste das sein, kann ich nicht. Jetzt müssen wir doch verzichten. Können wir das bauen? Das war auch, glaube ich, zu groß. Ja. Gut. Dann, also wir haben, dann brauchen wir einen Psychiater nochmal. Können wir nehmen wir den hier. Ne, wir lassen den extra jemanden aus. Pflegeschüler, upsala, feuern. Maintenance Announcement. Bands need water. Ich bin informant, dass die Lokal Library ist implementiert eine neue Politik dieses Woche. Head Librarian, Penelpa Staffage, tired of so many people forgetting to return books, ist, ist, dass sie sich in unsere Homes in der Nacht rauskriegen. Und, dass wir alle überdüten Volumen, während wir schlafen. So, wenn du deine Zähnungserreale findest, die Alphabet und schlafen durch Fiber-Kontent, dann bist du nicht alarmiert. Es ist nur eine Penelpa, die ihr Arbeit macht. Stationspatienten, Trommenein, Hilfe! Es wird Zeit. Das Lust ist. Ha! Aber mit dem Ausbilder, wie gut. Wie gut. Ach, schön. Hauptsache, der Ausbilder ist dabei. So. Wir neigen uns dem Ende der fünften Folge, glaube ich. Weil ich nehm immer im Voraus auf. Im Moment. Und, äh, ja. Nur. Von daher. Würde ich sagen, schon mal in die Richtung, ich bedanke mich für Zuschauen. Wünsche einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn's heißt, den, ja, oder das irre Krankenhauschaos zu bekämpfen. Also, einen wunderschönen Tag und bis dann.